Yo, was geht ab, Mabafucker? Hier ist er wieder, Franz Fuchs. Ja, ich hab's langsam eingesehen. Wenn ich mich mitte-petrisch verhalte, wird es auch nicht mehr besser. Deshalb versuch ich, die letzten paar Ausgaben von LGBT so fresh zu sein wie möglich. Oh yeah, Digga. Glaubt mir, meine Freunde, meine Videos werden wieder fresh. Und auch meine Witze werden wieder fresh. Gut, folgen wir der blauen Linie. Wir folgen immer noch der blauen Linie. Und da oben befindet sich unser neuestes Abenteuer. Ich glaub, ich muss hier was zusammenbauen. Ich sagte, du musst was zusammenbauen. Naja, vielleicht dein Bruder. Gut. So, und jetzt brechen wir ein. Wie die Panzerknacker. Oh, guckt Leute, da ist wieder Mr. DNA. Ah, wiedersehen Mr. DNA. Wir hassen dich. Wir warten hier. Schlechte Stelle. Hört er nicht. Lass das. Was spielst du mit den Knochen rum? Du bist kein Hund. Feuer! Wo bleibt die Feuerwehr, wenn man die am dringendsten braucht? Oh, kleine Dinosaurier, wie niedlich. So, wir sind jetzt eingebrochen. Jetzt lasst folgende Frage. Sind wir richtig Kämpfer? Oder sind wir Flaschen? Wir sind Kämpfer. Huh, huh, huh. Und wir sind richtig männlich. Ja, wir machen Sachen kaputt. Bäm. Und wir machen noch mehr Sachen kaputt. Wie zum Beispiel... HONK! Und wir essen Fleisch. Fristes, saftiges Fleisch. Und wir hauen den anderen auf die Fresse, wenn er das nicht besser verdient. So. Komm, Kleiner. Zweierkampf. Wir und du. Draußen. Bäm. Ja, komm. Willst du dich nicht wehren? Wenn du dich nicht wehrst, dann bist du erledigt. So. Die hab ich's jetzt gegeben. Aggressive Männlichkeit. Hüa. Seht ihr diesen Bizeps? Das kommt vom Puddingessen. Und wer jetzt bis jetzt nicht dachte, dass es bei Jurassic World nicht ums Essen ging. Jetzt müssen wir auch noch Schokolade besorgen. Sagtest du da gerade eben Schokolade? Schokolade! Schokolade! Oh, Berg Rills hat ne Fackel dabei. Und zufällig findet er auch den Punkt, den wir finden müssen. War ja klar. Das war ja abzusehen. Na gut. Mal gucken, was passiert. Da passiert gar nichts. Uh, Eiscreme. Das nehme ich doch gerne. Eiscreme. Eiscreme. Like ice in the sunshine. Seht ihr, ich kann nicht nur ein Eislied. Und der Kleine ist wieder fit. Sehr schön. So, aber nun geht's ins Mäuse-Labyrinth. Wo er hin will, er will in die Freiheit. Hol sie dir. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Ich wette, der Kleine Schreiheits kann nicht viel. Der hat nur große Klappen und nichts dahinter. Ach, du heilige Scheiße. Verdammt. Was tut er da? Naja, zum Glück war's das. Nein, er macht noch mehr. Meine Güte, das ist kein kleines Ding. Es ist Bibi-Godzilla. Dam, dam, dam. Ihr dürft nicht hinsehen. Es ist zu gruselig. Nicht hinschauen. Oh, ich hab mich zu früh gefreut. Denn jetzt ist Trampolin-Zeit. Habt Spaß, meine Kinder. Aber treibt es nicht zu wild. So, das war's. Ich geh jetzt noch zu den Dinosauriern und hack denen das Fell ab. Wie, ihr dachtet, ich wär ein Naturfreund? Nein, ich bin ein böser Wildjäger. Und mein Lieblingsziel ist das Dinosaurier. 5000 Euro für Dinosaurierleder. Ja, ich bin ein echter Fiesling.